Ja, spott ihn auch, spott ihn auch, spott ihn auch. Saha, du Hurensohn. Das hast du da vorn. Alter! Auf Befehl. Halt die Fresse. TV, AgroTV. Jo, meine lieben Freunde, willkommen zu einem neuen Commentary auf meinem Kanal. Heute mal wieder Uncharted 4. Wer hätte es gedacht, wir spielen heute mal mit... Lasarevic. Ich werde auf mehreren Kontinenten gesucht. Jetzt zeige ich dir, wieso. Ah, ja, okay. Ich zeige euch jetzt mal, warum das so ist. Übrigens wieder Schurken, ne? Interessant. Eben konnte ich übrigens eine Stunde lang mein Ausrüstungsset wählen. Das fand ich cool. Anscheinend kann man auch seinen Charakter anpassen, wie ich da gerade sehe. Können wir auch gleich mal kurz gucken. So, aber jetzt geht es hier erstmal ab ins Vergnügen. So, ich habe jetzt hier mal wieder eine andere Klasse genommen. Mit einem Medikit. Ich glaube, das habe ich vorhin schon gesehen, dass man dann da so einen bestimmten Bereich mit Medizin beflecken kann. Blöd ausgedrückt jetzt, ne? Naja. Ihr wisst schon, was ich meine. Wenn nicht, dann ist es mir irgendwie auch egal. Okay. So. Ach nee, das ist ja jetzt mal... Genau, das meinte ich. Ah, das war jetzt wieder sehr vorteilhaft. So, da oben ist doch bestimmt einer. Also wir gucken. Ja, hallo? Hallo? Ist hier jemand? Nein. K.O. So, einmal wieder den Pil geklaut hier. Ach, wieder hier Nebelwand. Hat da jemand wieder die Nebelmaschine angelassen? Oh, hier können wir das Dach unterrutschen. Das ist ja toll. Hallo? Der schießt erstmal krass durch die Wand. Hilfe. 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 Gut, dann nicht. Arschloch. Ja, kommt keiner zu mir, ne? So, äh, was können wir was machen? Haben wir schon genug Geld? Ach, nur hier wieder Medikit. Hm. Ach, da hat er jetzt schon wieder... den, äh, Flash-Booster-Modus hier. Ja, hat er schon wieder. Fuck, alter. Ach, alter, das ist doch total scheiße mit dem da. Guck da... Guck doch dich... Bleh. Guck dich das mal an. Hallo? Sind wir hier so ein Super-Helden-Spiel oder was? Aber hey, ein bisschen Spaß muss sein. Ja, super. hat es nicht mehr so viel gebracht ich weiß ich kann ich die dann automatisch reanimieren damit dass der cool kann ja auch was anderes außer die ganze zeit rollen machen hat er gelernt da in seiner baumschule sportunterrichter alter das ist was hat denn der ak hat er eine ganz normale account der geht so ab oder was ich glaube die klasse manchmal auch gleich wieder rein weil die waffe hier ist irgendwie blöd die ich da gerade hab das ist ja nichts für mich wir ein bisschen klein für action sind wie der professionelle youtube-gamer aus so schön sagt ja sport hinaus sport hinaus ha ha du hurensohn das ist doch nicht wahr das ganze geld klicke ist da wieder um die ecke kann ich eigentlich meine ausrüstung während des spiels noch ändern hier irgendwie weil das ausrüstungssetz war irgendwie mag ich das nicht nehme ich gleich mal wieder angriff und ich springe in die luft weil an der luft cool ist und da mache ich jetzt mal ein medikett hin wo das voller taktiker hier in dieser bot wo war ich wo ist denn jetzt hier elena hingelaufen oder ist die tot äh hallo ha 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 wenn zwei sich streiten freut sich der dritte sag ich ja nur ne so einmal nachladen das medikett lädt auch noch nach muss man ein bisschen schneller laufen alter er geht so übelst ab ne mit seiner scheiß acker junge 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 ich bin hier voll der abstaube könig volles arschloch hier das spielte und nimmt er das auch noch auf ne unglaublich alter wie dreist ist das kurze konzentration weiß nicht was es macht danke mein team ist nett ne aber das gegner team ne das mag ich nicht voll die potzen war ich das jetzt oder was war das habe ich jetzt irgendwas angerichtet so hier habe ich irgendwie geld oder so ich glaube ich habe auch die andere klasse wieder der ak ein bisschen mehr abgeben bisschen mehr sprain hallo 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 ah wir stehen ja ganz guta äh, kann ich hoch? gut, alles klar ich muss fliegen was sind das hier für Geräusche? oh ne, 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 ne was ist das denn für einer? ja gut mal ebenso gewonnen das war nicht so eine tolle Runde muss ich ganz ehrlich sagen naja, naja ein bisschen abgestaubt haben wir fünf Tore ist ein bisschen viel naja, geht, geht, geht dann war das jetzt glaube ich auch so eine relativ kurze Folge egal, wir hatten wieder unseren Spaß hier ein bisschen Klassen ausgetestet und am Ende werden wir dann mal gucken was uns jetzt am besten gefällt K.O. König, ja alles cool gut, dann war es das für diese Folge hoffentlich hattet ihr genauso viel Spaß wie ich man merkt so richtig, dass sie richtig Bock auf das Spiel gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Mal auch wieder also, macht's gut Tschüss Tschüss Tschüss